Hey Leute, in dem heutigen Video werdet ihr einige der besten Kinderautositze sehen, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Nutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als Erste über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 5 haben wir den Kittys Kinderautositz. Der Kittys Kinderautositz ist eine hochwertige und vielseitige Wahl, um die Sicherheit und den Komfort eures Kindes während Autofahrten zu gewährleisten. Er wurde entwickelt, um Kinder mit einem Gewicht von 9 kg bis 36 kg aufzunehmen, ungefähr im Alter von 1 bis 12 Jahren. Dieser Autositz fällt in die Kategorie Gruppe 1, 2, 3 und ist somit ein zuverlässiger Begleiter für verschiedene Stadien des Wachstums eures Kindes. Sicherheit steht an erster Stelle, und der Kittys Kinderautositz bildet da keine Ausnahme. Er wurde strengen Tests unterzogen und gemäß den Sicherheitsstandards AJR 4404 zugelassen, was bedeutet, dass er strenge Kriterien für Aufprallschutz und Haltbarkeit erfüllt. Diese Konformität bietet Eltern die Gewissheit, dass ihr Kind in einem Sitz sicher untergebracht ist, der umfassenden Tests und Bewertungen unterzogen wurde. Der Kittys Kinderautositz zeichnet sich durch eine durchdachte universelle Passform aus, die eine Installation in einer breiten Palette von Fahrzeugen ermöglicht, ohne die Sicherheit oder Bequemlichkeit zu beeinträchtigen. Seine anpassungsfähige Natur gewährleistet, dass der Sitz sich den sich ändernden Bedürfnissen eures Kindes anpasst und in jeder Entwicklungsphase eine enge und sichere Passform bietet. Ein herausragendes Merkmal dieses Autositzes ist seine ästhetische Vielseitigkeit. Er ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich, darunter eine stilvolle Graue Option, sodass Eltern eine Farbe auswählen können, die zum Interieur ihres Autos oder den Vorlieben ihres Kindes passt. Auf Platz 4 haben wir den Lionel Obastian Kindersitz. Der Lionel Obastian Kindersitz ist eine bemerkenswerte und innovative Lösung, die darauf ausgelegt ist, den sich entwickelnden Sicherheitsbedürfnissen von Kindern während ihrer Entwicklungsphasen gerecht zu werden. Mit seinen modernen Funktionen, darunter Isofix und Doppler der Installation sowie seine 360-Grad-Drehbarkeit, definiert dieser Autositz Bequemlichkeit und Schutz für junge Passagiere neu. Von den ersten Momenten an ist der Lionel Obastian Kindersitz ein verlässlicher Begleiter für Kinder. Seine Gruppenklassifizierung deckt einen weiten Bereich ab, von Gruppe 0 bis Gruppe 3, und bietet Platz für Kinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 36 Kilogramm. Diese beeindruckende Bandbreite macht ihn zu einer Einzelinvestition, die Kinder von der Kindheit bis zu den frühen Jahren mit nahtloser Anpassung begleiten kann. Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Autositzes ist seine bemerkenswerte 360-Grad-Drehbarkeit. Diese innovative Konstruktion ermöglicht es Eltern oder Betreuern, den Sitz leicht zur Autotür zu drehen, was den Vorgang des Sicherns oder Lösen des Kindes erleichtert und ergonomisch gestaltet. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Eltern mit Rückenproblemen oder um einen nahtlosen Übergang von der rückwärtsgerichteten zur vorwärtsgerichteten Position zu gewährleisten, wenn das Kind wächst. Sicherheit steht an erster Stelle, und der Lionel Obastian Kindersitz garantiert genau das. Sein fortschrittliches Isofix und Doppler der Installationssystem gewährleistet eine stabile und sichere Befestigung im Fahrzeug und minimiert mögliche Bewegungen oder Verschiebungen während der Fahrt. Dieses hohe Maß an Stabilität führt zu erhöhtem Schutz für das Kind im Falle von unerwarteten Manövern oder Unfällen. Auf Platz 3 haben wir den Lionel Sander Isofix. Vorstellung des Lionel Sander Isofix Kinderautositzes, eine bemerkenswerte Fusion von fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und vielseitigem Design, um eine umfassende Lösung für Eltern zu bieten, die unkomprimierten Schutz und Komfort für ihre Kleinen suchen. Mit der Möglichkeit, sowohl in vorwärts- als auch in rückwärtsgerichteten Positionen verwendet zu werden, ist dieser Autositz perfekt für Kinder in einer breiten Altersspanne und Entwicklungsstadien geeignet. Von den frühesten Tagen der Kindheit bis zu den Kleinkindjahren und darüber hinaus ist der Lionel Sander Autositz darauf ausgelegt, sich den sich ständig ändernden Bedürfnissen wachsender Kinder anzupassen. Seine umfassende Gruppenklassifizierung reicht von Gruppe 0 bis Gruppe 3 und deckt ein Gewicht von bis zu 36 Kilogramm ab. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet, dass der Autositz ein ständiger Begleiter in verschiedenen Phasen der Kindesentwicklung sein kann. Sicherheit steht an erster Stelle, und der Lionel Sander Autositz stellt dies mit der Integration des Isofix-Installationssystems sicher. Dieser fortschrittliche Befestigungsmechanismus gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung zwischen dem Autositz und dem Fahrzeug und minimiert mögliche Bewegungen während der Fahrt. Darüber hinaus erhöht die Dopter der Funktion die Stabilität und bietet einen zusätzlichen Ankerpunkt, um rotierende Kräfte im Falle einer Kollision zu verhindern. Der Lionel Sander Autositz bietet die Flexibilität von vorwärts- und rückwärtsgerichteten Positionen und passt sich den Kindern an, wenn sie von der Kindheit zur frühen Kindheit übergehen. Diese Anpassungsfähigkeit gewährleistet nicht nur die Sicherheit des Kindes, sondern gibt den Eltern auch die Möglichkeit, die Position zu wählen, die zum Entwicklungsstadium und den Vorlieben ihres Kindes passt. Auf Platz 2 haben wir den Kinderkraft-Comfort-Up. Vorstellung des Kinderkraft-Comfort-Up & Pitex-Max Booster Kinderautositzes Eine perfekte Kombination aus Komfort, Sicherheit und Stil, die entwickelten Kindern während ihrer Autofahrten gerecht wird. Dieses einzigartige Paket enthält sowohl den Comfort-Up Boostersitz von Kinderkraft als auch den Pitex-Max Booster Kinderautositz und bietet Eltern eine umfassende Lösung für Kinder im Gewichtsbereich der Gruppe 2 plus 3 von 15 bis 36 kg. Zusätzlich zum Kinderkraft-Comfort-Abgehört der Pitex-Max Booster Kinderautositz, ein Boostersitz, der weiterhin Komfort und Sicherheit in den Vordergrund stellt. Dieser Boostersitz ist darauf ausgelegt, zusätzliche Höhe zu bieten, damit das Kind eine ordnungsgemäße Sicherheitsgurtpositionierung erreichen kann, wenn es wächst. Sein benutzerfreundliches Design gewährleistet eine einfache Installation und optimale Positionierung im Fahrzeug. Der Kinderkraft-Comfort-Ab-Boostersitz ist auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet. Während die Kinder auf einen Boostersitz umsteigen, bietet der Comfort-Ab ihnen ein weiches und unterstützendes Sitzerlebnis. Sein ergonomisches Design gewährleistet eine korrekte Positionierung des Sicherheitsgurts über dem Körper des Kindes und erhöht die Sicherheit während der Fahrt. Das grau-pinke Farbschimmer des Boostersitzes verleiht ihm eine spielerische Eleganz und macht ihn sowohl für Eltern als auch für Kinder visuell ansprechend. Das Kinderkraft-Comfort-Abend-Bitx-Max Booster Kinderautositz-Paket Nummer 1 enthält alle notwendigen Komponenten, um die Sicherheit und den Komfort ihres Kindes während der Autofahrten zu gewährleisten. Mit einem Gewichtsbereich von 15 bis 36 Kilogramm ist dieses Paket darauf ausgelegt, Kinder auf dem Übergang von der Kleinkinds zur frühen Kindheit zu begleiten und eine nahtlose und sichere Fahrt im Laufe der Jahre zu gewährleisten. Auf Platz 1 haben wir den Osenino 360 Reburter Kinderautositz. Vorstellung des Osenino 360 Reburter Kinderautositzes, ein revolutionärer und anpassungsfähiger Autositz, der sich neben dem Wachstum und der Entwicklung eures Kindes entwickelt. Dieser vielseitige Autositz ist darauf ausgelegt, eine breite Altersspanne abzudecken und fällt in die Gruppen 0 plus Schrägstrich 1, 2, 3, wodurch eine Idealwahl für Kinder von der Geburt bis zu 36 Kilogramm ist. Sicherheit steht an erster Stelle, und der Osenino 360 Reburter Kinderautositz stellt Sie mit seinem innovativen Reburter-Design sicher. Diese Funktion ermöglicht die Installation des Autositzes in einer rückwärtsgerichteten Position, was optimalen Schutz für Säuglinge und Kleinkinder bietet. Die rückwärtsgerichtete Position hat sich als wesentlich sicherer für kleine Kinder im Falle von Frontalkollisionen erwiesen, da sie die Aufprallkräfte gleichmäßiger über den Körper verteilt. Während euer Kind wächst, wechselt der Osenino 360 nahtlos in eine vorwärtsgerichtete Position und passt sich so den sich entwickelnden Bedürfnissen an. Diese Anpassungsfähigkeit erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern gewährleistet auch, dass der Autositz ein verlässlicher Reisebegleiter für die kommenden Jahre bleibt. Mit seinem schlanken und modernen Design fügt sich der Osenino 360 Reburter Kinderautositz nahtlos in verschiedene Auto-Innenräume ein. Seine unauffällige Ästhetik macht ihn zu einer stilvollen Ergänzung für jedes Fahrzeug, wobei Sicherheit und Komfort im Vordergrund stehen. Die Vielseitigkeit des Osenino 360 wird durch seine einfache Installation und Verstellbarkeit weiter ergänzt. Der Autositz wurde mit mehreren Liegepositionen entworfen, um maximalen Komfort während der Fahrt zu bieten, und die Gurthöhe kann angepasst werden, wenn euer Kind größer wird. Diese Funktionen gewährleisten, dass der Autositz individuell angepasst werden kann, um die beste Passform und den besten Komfort für euer Kind in jeder Entwicklungsphase zu bieten. Die Funktionen Die Funktionen